Das Internet. Eine Riesenchance für demokratische Kräfte. Die arabische Rebellion hätte ohne YouTube, Facebook, Twitter und Co. anders ausgesehen. Wir können unseren Ländern helfen, besser zu sein. Dank sozialer Medien kann der Westen die Entwicklung in Syrien ungefiltert verfolgen. Die Welt ist transparenter geworden. Wählen Sie Lösungen für die Zukunft. Auch in Deutschland. Das Mitmach-Medium hat die politische Landschaft verändert. Gemeinsam vollbringen Internet-User erstaunliche Rechercheleistungen, die sogar einen Minister stürzen lassen. Wenn Sie bis nächsten Freitag nicht zurückgetreten sind, Herr Gutenberg, dann ruft. Gehört zum Alltag. Ohne Netz geht eigentlich gar nichts mehr. Sind wir abhängig vom Netz? Und wenn ja, wollen wir das? Die totale Vernetzung birgt auch Gefahren. Viren können ganze Staaten lahmlegen. Sensible Daten geraten an die Öffentlichkeit. Sind wir zu vertrauensselig? Brauchen wir mehr Kontrolle?